Moin Leute, ich bin auch wieder mal da mit einem Video. Wir sind endlich in der Geseen. Leute, endlich. Der Boss haben wir sogar mit. Digger, ich bin gerade noch ein Stück Boss gefahren. Wenn man erstmal ein bisschen dran gewöhnt ist an den Füßen, auf den Steinen hier, fährt sich das auch geil. Der MC wird jetzt bis zu sich nach Hause mit meinem Fahrrad fahren, weil er echt keine Luft mehr hat. Er hat übel Durst. Er würde, glaube ich, sogar, wenn hier jetzt ein Wasserfleck auf dem Boden wäre, den austrinken. Nein. Na, nicht ganz. Wenn ihr vielleicht so, wenn ihr so ein Wasserproben wählt. Da, wo der Wasserwind bis zum Zweiten ist, dann sind sie das nicht. Und ich bin auch übel Durst. Meine Hose ist dreckig, weil ich auf dem Longboard lag vorhin die ganze Zeit. Ja, und ich werde heute dann... Wir sehen uns dann nachher. Ja, bei ihm zu Hause werde ich auch nochmal ein Video, also das hier weiterführen. Bye-bye.